Ich zeige euch mal schnell diesen Fortuna FTM 300 Konvertiert aus LS 15 die ist das gute Stück, es spiegelt wie weiß der Geier was hier weißes Dinger drin noch, also schlecht konvertiert billig konvertiert anscheinend nicht ganz so viel Gedanken gemacht beim Konvertieren ähm funktionieren tut das soweit würde ich mal behaupten einfach, ich möchte jetzt das nicht unbedingt testen gehen weil er sowieso, wenn man mal in die Lok schaut sowieso Fehler drin hat dann brauche ich nicht mehr so genau testen weil dann hat es für mich auch kein Wert mehr weil er hat einfach schon Fehler er hat Warnings, er hat Errors jede Menge Warnings, da brauche ich nichts weiter testen dafür also für mich, ja Mod schön und gut, aber wenn er so viele Fehler hat und Errors und vor allem so offensichtliche Fehler wie hier die Texturen dann, hm, naja aber das ist ja jedem selber überlassen ob er den Mod nützt oder nicht also trotzdem viel Spaß mit dem Mod ihr könnt noch mal zeigen und der Kipper ist da drin hier hinten Photona kann alles laden Volumen 53,000 Downloader gut, so gefällt er mir besser als wie so wer hier ist aber naja, ok also viel Spaß, bis zum nächsten Mal Tschüss go o